Hallo alle zusammen. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Zeit. Worum wird es heute gehen? Also grundsätzlich, wie macht man aus Musik ein Business? Weil, wie ihr euch schon vorstellen könnt, gehören immer zwei Dinge dazu. Man braucht ein tolles Produkt, aber man muss dann auch dafür sorgen, dass das Produkt möglichst viele Menschen erreicht und den Part übernehmen wir in der Regel. Und da versuchen wir euch heute einen kleinen Abriss zu geben. Wir werden wahrscheinlich nicht so detailliert auf Dinge eingehen können. Meldet euch gerne nach und wir sind auch immer am Suchen nach tollen Leuten. Also wenn jemand danach interessiert ist, meldet euch auch gerne. Bamboo wird weiter wachsen und dann können wir gerne starten. Also ganz kurz, entschuldigt bitte, wenn ich hin und wieder gucken muss, weil ich mit meinen Augen leider da oben nicht lesen kann. Aber im Prinzip versuchen wir das so ein bisschen zu strukturieren. Ein ganz großes Thema ist Priorisierung, über das wir gleich reden werden. Weil ihr werdet merken, gerade wenn eine Karriere größer wird, man muss immer überlegen, was sind die entscheidenden Themen gerade. Dann gehen wir so ein bisschen darauf ein, was sind eigentlich so die verschiedenen Einnahmequellen, wie kann man das am Ende bewerten. Ein ganz wichtiger Punkt gerade bei uns ist so diese perfekte Exeklusion im Marketing. Ich würde auch sagen, das ist so eins unserer USPs in der Branche, dass wir einfach besonders gut quasi Artists groß machen können, indem wir halt dann gucken, was wirklich die Treiber sind. Und dann, wenn wir Zeit haben, nochmal so eine kleine Übersicht am Ende. Ich glaube, das ist den meisten hier auch schon eher geläufig als die Themen, zu denen wir da vorkommen. Ganz kurz zu mir und zur Firma. Ich bin Leander, habt ihr ja gerade schon gehört. Ich habe Bamboo damals gegründet. Mein erstes Indie-Label habe ich schon vor ungefähr zwölf Jahren gegründet. Dezby Records damals. Habe dann viel auch, sage ich mal, auf Konzernseite gearbeitet. Bei Universal, bei Spotify, habe bei Amazon Music den Original Content Bereich geleitet und bei Uber ganz andere Sachen gemacht. Aber es ist ein sehr interessanter Part trotzdem gewesen, weil die Learnings quasi, die ganzen positiven Dinge, die man in den Firmen wahrgenommen hat, versuchen wir jetzt quasi in Bamboo auch zu leben. Wir sagen auch mal so ein bisschen, wir sind die Tech-Firma in der Musikindustrie, weil wir sehr schnell sind, wesentlich schneller als irgendwie andere Musikfirmen. Und genau, sehr analytisch und genau gucken, okay, was sind eigentlich die Hebe, die so eine Artist-Karriere voranbringen. Aktuell sind wir ein Team aus fünf Leuten. Genau, und noch am Wachsen. Und von den Artists kennt ihr vielleicht ein paar, ich würde sagen, die größten beiden, 1999 und Chiago. Aber eben auch ein paar spannende Newcomer wie Xaver, Moritz, Noah. Und aktuell bauen wir auch unseren Verlagsarm aus. Da wird es bald mehr News geben. Ich hatte schon angekündigt, ein ganz großes Thema richtig priorisieren. Es sind in unseren Augen vor allem vier Bereiche, die Leute oft falsch einschätzen. Das allererste Thema, Growth, die wichtigste KPI. Wieso? Na, ihr werdet feststellen, dass am Anfang ist niemand interessiert an den Artist. Also wenn man einen kleinen Artist hat, der kann so gut sein, wie man möchte. Ich habe wirklich Artists kennengelernt. Die sind grandios groß geworden, aber am Anfang würde euch jeder sagen, ja, die sind ja noch am Anfang. Und wie schafft man es, aus diesem Feld rauszukommen? Das ist halt, indem man wächst und wirklich alles darauf setzt, schnell zu wachsen. Und das schließt sich eigentlich sehr gut an den nächsten Punkt an, nämlich dieses Fokus an Revenue, not Cost. Aber, genau, wir gehen dann quasi die auch einzeln nochmal kurz durch. Hier seht ihr jetzt gerade, also Chiago haben wir erst vor drei Monaten gesigned. Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, dass genau der Tag, an dem er unterschrieben hat, der zweite September. Und der hatte vorher schon einen Hype, würde ich sagen. Also alle fanden den cool, zumindest in der Industrie. Und trotzdem ist es halt ein riesen Unterschied dann ab dem Punkt, wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir skalieren das jetzt, versuchen wirklich alle Kanäle optimal zu arbeiten. Und noch krasser sieht man es eigentlich bei YouTube. Dasselbe Datum, was da quasi der Ausschlag ein bisschen weiter hinten ist, ist hier dieser allererste Ausschlag am Anfang. Also das ist quasi der zweite September. Vorher hat er praktisch überhaupt nicht auf YouTube stattgefunden. Und da haben wir es jetzt geschafft, einen Kanal quasi zu entwickeln, der wirklich deutlich über eine Million Views jetzt im Monat macht. Und jetzt sind natürlich alle interessiert und wollen einen riesen Deal mit ihm machen. Und dazu eben ein ganz wichtiges Thema, was wir oft sehen bei Artists, die noch am Anfang stehen. Da ist immer so die Frage, boah, kann ich mir das leisten? Und die Thematik haben wir wirklich immer wieder. Und da möchte ich euch mal kurz zeigen, wie sich quasi die Relationen irgendwann verschieben. Also ganz am Anfang geht es dann irgendwie, sagen wir, reden wir über 3.500 Euro Umsatz. Was ist das? Weiß jemand, was sind alle 3.500 Euro Umsatz? Das steht auch drüber, eine Million Streams. Und das ist eigentlich das, womit wir quasi immer so, also Pi mal Daumen rechnen können. Das verändert sich auch ein bisschen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die Preise wurden jetzt auch angehoben bei einigen Anbietern. Aber im Prinzip, sage ich mal, so ein Newcomer Artist kann man auf den Punkt kommen, dass man relativ schnell eine Million Streams macht. So, mit einer Million Streams kannst du aber eigentlich noch nichts bezahlen. Und dann ist immer so die Frage, können wir jetzt ein Musikvideo drehen für 3.000 Euro oder müssen wir es für 2.000 drehen? Können wir uns ein Mixing Engineer leisten für 400 Euro oder sowas? Und da ist unsere ganz starke Meinung mittlerweile, es ist eigentlich relativ egal. Also, weil ob ihr jetzt quasi auf das erste Produkt 1.000 Euro ausgebt oder die vollen 3.500, es kommt sowieso fast nichts bei rum. Es ist aber wichtiger, dass die Qualität stimmt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, da habe ich nochmal zwei Beispiele. Und was aber entscheidend ist, ihr seht ja, je größer das wird, desto weniger fällt es quasi ins Gewicht. Also, wenn man jetzt an dem Punkt, dass man 10 Millionen Streams macht, dann quasi kann man für Produktion und Marketing, da beinhalten wir auch das Musikvideo, auch schon mal locker 5.000 bis 8.000 Euro ausgeben und es bleibt trotzdem viel mehr übrig. Und wenn man dann aber an den Punkt kommt, wo man 100 Millionen Streams macht, ist es wirklich völlig egal. Also, ob das Video jetzt, also ob das Gesamtpaket 30.000 oder 50.000 Euro kostet, ist relativ egal. Es kommt trotzdem eine Menge Profit bei rum, den man dann wieder investieren kann. Und ich glaube, das ist so eine der Erkenntnissen, die Leuten gerade am Anfang oft schwerfällt, dass man halt sagt, lieber viel investieren. Es muss eigentlich am Anfang kein Geld bei rumkommen. Man will nur möglichst schnell wachsen, weil auf einem großen Level ist es viel leichter Geld zu verdienen. Genau, da haben wir jetzt hier nochmal ein Beispiel, dieses Overinvest in Quality. Also, das kann ich nur bestärken. Und ein Thema war zum Beispiel bei Xaver, den haben wir ja auch irgendwann übernommen und der hat quasi nie einen Engineer bezahlt. Und der ist eh jemand, der sehr viel Text hat in seinen Songs und dadurch waren die schwer verständlich, weil sie dann auch noch schlecht gemischt waren. Und er war dann halt jemand, der immer war so, boah, ich verdiene ja mit meinen Songs noch relativ wenig Geld, kann ich jetzt wirklich für einen Engineer nochmal ein paar hundert Euro investieren? Und da haben wir ihm natürlich gesagt, als er dann über das Label gekommen ist, macht ihr darüber keine Sorgen, wir bezahlen es ja jetzt erstmal. Und es ist halt total wichtig und wir haben wirklich auch gesehen, wie die Songs, nachdem die besser gemischt waren, auch besser performt haben. Und da ist einfach was, wo man sagt, klar macht er sich auf der einen Millionen Streams Sorgen, wenn er dann irgendwann bei 100 Millionen Streams ist, ist es eben völlig egal. Lieber dann am Anfang schon investieren, dann hat man schneller diesen Punkt erreicht. Und was auch immer ein Riesenthema ist, ist Live. Weil ihr werdet merken, wenn ihr mit KünstlerInnen dann arbeitet, am Anfang verdient man im Live-Geschäft kein Geld. Das ist unmöglich. Also weil einfach, man kriegt dann zum Beispiel 1000 Euro Gage irgendwo, aber wenn du eine vernünftige Live-Show aufstellen willst, dann musst du deinen eigenen Tonmann mitbringen. Und das ist wirklich was, letzte Saison hat man das echt super gesehen. Es gab ganz wenige Camps, die haben investiert in ihre Live-Show und die sind dann auch besonders stark live gewachsen. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch eine 0199-Show mal gesehen hat. Die ist relativ teuer und aufwendig, weil wir wirklich ein großes Team haben, super Technik-Setup und das kostet halt was. Und das haben die Jungs bei ganz, ganz vielen Shows Minus gemacht. Aber die Leute hatten halt eine geile Show und die kommen alle wieder. Und jetzt sind wir im Verkauf für die Tour im Frühling. Kann ich allen empfehlen, Tickets werden auch schon knapp. Und da sehen wir einfach, dass die Leute alle wiederkommen, alle schreiben, das war so gut, wir kommen da wieder hin. Ich würde sagen, das Gegenbeispiel, muss man ehrlich sagen, wäre wahrscheinlich ein T-Load. Das habt ihr ja bestimmt alle mitbekommen, diesen Splash-Auftritt. Und sowas kann eine Karriere wirklich nachhaltig beschädigen. Also ich meine, das ist ein Artist, der hatte einen sehr, sehr großen Hype und trotzdem verkauft er vergleichsweise wenig Tickets. Weil die Leute erwarten, dass es quasi keine besonders gute Show ist. Und das ist sozusagen da, wo wir immer sagen, ey, ist völlig egal. Ist eigentlich genau derselbe Case wie auf Racket-Seite. Während ihr bei 100 Millionen Streets verdient man Geld, bei einer Million, egal was ihr macht, verdient man sowieso kein Geld. Im Live-Geschäft eigentlich das Gleiche. Bei den kleinen Shows am Anfang, 150er, 300er, 400er Locations, ist unmöglich, Geld zu verdienen. Also macht es lieber richtig gut. Und dann kommt ihr schnell auf ein Level, wo man dann Shows macht. Ich sag mal so ab 1000 Gäste lohnt sich so eine Show auch wieder. Und deshalb eben eher versuchen, da schnell hinzukommen. Und bei Schiago wird es jetzt sehr ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf die Tour im Dezember geht. Aber der hat ja früher auch quasi klassisch mit Playback gespielt und einfach sehr viel Energie gegeben. Und jetzt wird es quasi auch mit eigenem Sound machen, mit Einzelspuren, mit viel Technik auf der Bühne, mit Schneekanonen eventuell, mit irgendwie Bühnelementen. Und da glauben wir, das wird dann dazu führen, dass er dann auch den nächsten Schritt wieder deutlich schneller schafft. Deshalb ganz grundsätzlich, fragt euch wirklich immer, was ist gerade das, was ihr priorisieren müsst, womit ihr das am meisten voranbringt. Und am Anfang ist es oft eher Qualität, als die Kosten zu minimieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, jetzt rede ich die ganze Zeit davon, man muss viel Geld ausgeben. Erstmal, wo kommt das Geld her? Das ist ja dann das nächste Problem, was sich stellt. Und ich würde sagen, im Prinzip gibt es da, sag ich mal, drei klassische Möglichkeiten. Man kann natürlich mit Labels, Verlagen, Vertrieben sprechen. Und die können was vorfinanzieren. Auch da wieder der Punkt, richtig priorisieren. Da ist immer die Frage, ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo man den bestmöglichen Deal machen kann? Oder kann man das Projekt vielleicht noch ein, zwei Monate aus eigenen Mitteln voranbringen und dann zu wesentlich besseren Konditionen ein Deal machen? Und oft muss man es ja auch gar nicht aus eigenen Mitteln stemmen. Ihr kennt ja sicher alle die Initiative Musik und das ist gar nicht so schwer. Also wir haben wirklich schon oft KünstlerInnen-Förderungen bekommen. Und das ist zum Beispiel was, das ist nur Fleiß und am Ende kann man Geld for free bekommen und damit eine Karriere aufbauen und dann den wesentlich besseren Deal machen. Also sowas würde ich immer ausschöpfen. Macht euch die Arbeit und eben auch eigene Arbeit. Also ich habe ganz oft auch schon Artists erlebt, die quasi das erste halbe Jahr, das erste Jahr noch normal gearbeitet haben und damit quasi die Investitionen ihrer Musik finanziert haben. Und sowas kann auch sehr gesund sein, weil wie gesagt, wenn ihr ganz am Anfang steht, keine Argumente habt und dann Deal machen wollt, dann wird es in der Regel kein besonders guter Deal. Wenn ihr es aber schafft, eigene Argumente zu kreieren und zu sagen, hey, guck mal, lieber Major, der Artist läuft doch auch so. Wir kriegen es auch hin, den so zu finanzieren. Wenn ihr jetzt ein Deal machen wollt, dann muss der auf unseren Konditionen passieren. Und das ist eigentlich die Situation, in die ihr kommen wollt. Dann der nächste Punkt. So ein Musikgeschäft kann wirklich auf verschiedenen Säulen aufgebaut werden und das unterschätzen die Leute oft. Weil heutzutage alle reden immer über Streaming. Klar ist das eine große Einnahmequelle, aber eben nicht die einzige. Streaming fällt ja ganz klassisch oder der große Teil unter Master-Einnahmen. Also das ist man quasi, ihr nehmt einen Song auf, der wird irgendwo lizenziert und dann bringt der Einnahmen. Aber ihr merkt, dass gerade der Teil des Geschäfts, da muss man eben auch am Anfang sehr investieren und das dauert dann ein bisschen. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch Copyright-Einnahmen. Also wenn quasi KünstlerInnen selber schreiben oder eventuell auch komponieren, dann bekommt ihr in Deutschland klassischerweise über die GEMA da auch nochmal Ausschüttung und die bekommt ihr aus sehr vielen Bereichen. Also ihr werdet eh sehen, dass alle die Sachen zahlen eigentlich aufeinander ein. Deshalb, was wir auch immer empfehlen, ist wirklich bei einem Artist zu versuchen, auch alle Säulen aufzubauen. Weil am Ende, beispielsweise live, ihr fangt an viel live zu spielen, dann werdet ihr sehen, immer wenn ihr auf Tour seid, dann fangen die Leute auch wieder an mehr zu streamen. Ist ja völlig logisch, weil Fans machen TikToks, Leute sehen das, denken sich, boah, geile Show, den Song habe ich noch nie gehört, checken den mal aus. Und in dem Moment, wo ihr live spielt, generiert ihr gleichzeitig auch wieder GEMA-Einnahmen. Weil GEMA-Einnahmen quasi immer dann, wenn eine Live-Performance ist, wenn Musik in Clubs abgespielt wird oder wenn sie gestreamt wird. Das heißt, in dem Moment, wo ihr live spielt, wo ihr vielleicht quasi mit der einzelnen Live-Show Minus macht, erhöht ihr halt gleichzeitig eure Master-Einnahmen und eure Copyright-Einnahmen. Das heißt, obwohl die Show Minus machen könnte, können sie langfristig sozusagen sogar Plus machen. Und das ist, glaube ich, immer wichtig zu sehen. Und auch sowas wie Merchandise und physisch ist natürlich heute auch ganz zentral für die Fan-Bindung, dass man sich halt immer wieder coole Sachen überlegt. Also nicht so viel Standard machen, sondern immer wieder sich überlegen, worauf haben die Fans wirklich Bock, wie kann man echt coole Produkte machen, die man halt am Ende auch selber repräsentiert. Also bei uns echt so, wenn die Artists bei uns ein Shirt rausbringen, dann tragen die es auch selber, weil die halt sehr viel Zeit da reinstecken, was zu machen, was sie selber cool finden. Und im Fall von Xaver zum Beispiel designte die Sachen sogar selber. Genau, also das ist wirklich ganz essentiell. Und ich sehe das immer wieder bei Themen, dass zum Beispiel nur ein Bereich gemacht wird und die anderen vernachlässigt werden. Und es hilft euch einfach nachhaltig, weil ihr werdet auch sehen, so eine Karriere gibt es verschiedene Phasen. Und zum Beispiel Live macht am Anfang halt gar kein Geld, aber Live macht dann noch Geld, wenn ihr im Streaming keins mehr macht. Also das sieht man ganz oft. Beispiel da, Acts wie Casper, Materia. Gut, Kraftgruppen streamen jetzt auch noch nicht schlecht, aber zum Beispiel Casper und Materia, die streamen eigentlich fast gar nicht mehr. Und trotzdem schaffen die das halt hallenvoll zu machen. Und das ist wirklich dieses, wenn man es schafft, ein Live-Geschäft aufzubauen, da hat man auch nach vielen Jahren was von, wenn quasi der Hype auch irgendwann vorbei ist. So, dann ein ganz großes Thema bei uns bei Bamboo. Wir sagen ja, wie gesagt, wir sind die Tech-Firma in der Musikindustrie. Deshalb versuchen wir wirklich einen sehr, sehr sophisticated Marketing zu haben. Da werden wir nicht auf alle Themen eingehen können, aber im Prinzip, wenn man bei uns anfängt, gibt es so ein großes Dokument und da wird quasi jeder Kanal, jede Plattform erklärt und alle Learnings, die wir dazu haben. Versuchen jetzt hier mal ein Beispiel von YouTube. Wie gesagt, als wir Argo übernommen haben, da hatte der unter 1000 YouTube-Abonnenten, obwohl er ja eigentlich schon Hype hatte. Und da haben wir ja gesagt, okay, den Kanal müssen wir jetzt mal drehen. Der muss wirklich ein Asset für ihn werden. Und dann fängt man halt an. Ihr könnt den Kanal schön strukturieren. Da gibt es ja von YouTube so vorgegebene Liste, ihr könnt aber auch eigene Playlisten machen. Man kann sehr gut mit Community-Beiträgen arbeiten, mit Shorts. Wird von YouTube eh krass gepusht gerade. Alles, was ihr auf TikTok bringt, ladet ohne Wasserzeichen runter, bringt es als Shorts raus. Schon habt ihr eine gewisse Reichweite auf YouTube. Dann ein ganz wichtiges Element, was kaum genutzt wird, der Pin kommen. Aber das ist eigentlich die Fläche, die am meisten geklickt wird. Leute optimieren immer auf die Beschreibung bei YouTube. Aber wenn man sich Studien anguckt, dann lesen die meisten Leute nicht die Beschreibung, die lesen eher die Kommentare. Also ist da die Fläche, wo man eigentlich die Fans abholen kann. Deshalb achten wir immer darauf, dass unsere Art ist halt, sich sehr viel Mühe da geben. Und ihr könnt es ja lesen, Agu hat es ja auch was Lustiges dann überlegt. Und dann haben die Leute auch Bock darauf zu reagieren. Dass man halt echt überlegt, wie mache ich einen Kommentar, der am besten auch viel beantwortet wird. Weil dann, YouTube ist ja sehr algorithmusbasiert. Und der Algorithmus ist ja relativ klar. Je mehr Engagement quasi da ist, desto mehr Leuten wird es gezeigt. Also wenn YouTube sieht, ah, das liken jetzt überdurchschnittlich viele Leute, da kommentieren noch überdurchschnittlich viele Leute, dann wird es ein Video sein, was wieder überdurchschnittlich vielen Leuten gezeigt wird. Und damit erreicht ihr dann neue Leute. Und genau jetzt den Kanal haben wir seit, jetzt steht ja, glaube ich, bei heute sogar fast 13.000 Abos. Und also die 10.000 Abos haben wir echt in anderthalb Monaten gemacht. Dann ganz grundsätzlich auch so ein Thema, was wir immer wieder versuchen zu denken. Also offline geile Sachen kreieren und die dann online bringen. Also weil heutzutage jetzt, wo auch Corona vorbei ist, die Menschen wollen ja wieder Offline-Events haben. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand da war. Wir haben in Dresden, als damals Corona so kurz Pause gemacht hat, haben wir ein Konzert auf die grüne Wiese gestellt. Es war so dieses Elb-Ufer-Konzert, das erste richtige 1999-Konzert eigentlich. Da haben wir auch super viel Minus gemacht, weil das mega aufwendig war. Aber das ist eine Sache, da reden die Leute in Dresden noch heute von. Also und wir haben es eben nicht nur live gemacht, weil live konnten da 1.000 Leute zugucken. Sondern wir haben quasi auch einen Livestream gemacht, so dass dann Leute noch über TikToks sehen konnten. Dann haben wir einen Zusammenschnitt auf YouTube hochgeladen, dass man nachhinein noch quasi ein Video hatte, was die Leute immer wieder geguckt haben. Und natürlich relativ viel noch über TikToks, Reels, Shorts und Fotos und Storys gespielt. Also wir haben quasi ein großes Event hingestellt und haben dann aus diesem Event ganz, ganz viele Content-Bausteine generiert, die wir dann nachhaltig nutzen konnten. Und das ist eine Erfahrung, die hat immer wieder sehr gut funktioniert. Diese Kombination, offline was hinstellen und dann überlegen, wie können wir das Content-mäßig auswerten. Hier seht ihr es auch nochmal, könnt ihr euch auf YouTube dann gerne nochmal angucken und rechts seht ihr auch, wie gut es angekommen ist. Also die Leute haben es wirklich geliebt, weil es hat auch nur 10 Euro einzeln gekostet. Es war einfach so ein Zurückgeben an die Fans. Und sowas, eigentlich, das schafft immer nur positiven Benefit. Ja und jetzt, ich würde sagen, die Slide, die habe ich auch schon, ich habe gerade gesehen, es wird auch schon knapp. Das wäre auch meine Skip-Slide gewesen. Ich weiß ja nicht, wie tief ihr im Studium hier schon drin seid, aber es ist einfach nur so eine Aufstellung, wie sind eigentlich die unterschiedlichen Bereiche aufgestellt. Weil was bei uns ja sehr speziell ist bei Bamboo, dass wir in der Regel fast alles machen bis auf Booking. Also wenn Artists bei uns signen, dann signen die in der Regel sowohl im Verlag als auch im Label und meistens machen wir dann auch noch deren Management. Das ist ein bisschen unüblich heutzutage, aber liegt einfach daran, dass wir ein anderes Modell fahren. Bei uns bauen wir die Verträge so, dass Artists genauso profitieren, wie am Ende das Label profitiert. Und dadurch sind quasi die Entscheidungen immer recht leicht zu treffen, weil alle haben immer das Gleiche davon. Und wir sind da sehr eng dran. Also so ein bisschen ein Gegenentwurf. Heute die Manager versuchen ja eher mal weiter weg zu sein und nur noch Vertriebsdienst zu machen. Und wir sind quasi auf der anderen Seite und sagen, wir gehen wirklich rein und versuchen so den Artists Aufbau zu machen. Und das auch bisher ganz erfolgreich. Und deshalb, wie gesagt, nochmal der Aufruf. Wenn irgendwer interessiert ist, mit uns arbeiten will, Sachen mitbekommen möchte, meldet euch. Und dann freue ich mich auf ganz viele Fragen nachher. Vielen Dank.